Karispera! Mein Name ist Kostak! Schön! Karispera! Karispera! Ja, ich bin Grieche. Nein, ich habe nichts mit der Finanzkrise zu tun, okay? Ich habe keine Schuld. Ich habe immer alle meine Steuern gezahlt. Also nicht immer. Aber alle. Ja, also auch nicht alle, aber... Ich habe schon mal Steuern gezahlt. Lassen wir das. Anderes Thema. Endlich Feierabend. Normalerweise meine Taverna, sie macht um 22 Uhr zu. Aber im Moment ist es ein bisschen stressig. Wir haben viel zu tun und so. Deswegen kann man... Oh, Entschuldigung. So ist besser, ja? Heute bin ich ganz spät aus den Landen rausgekommen. Manche Gäste von mir. Sie brauchen so lange, bis ich bestellt habe. Bei uns ist es besser. Anders. Wenn wir gehen in die Taverna, der Papa bestellt für die ganze Familie. Also für zehn Leute. In fünf Sekunden. Hey du! 15 Kilo Lamm, 15 Sigi, 15 Blattes Salat, eine Flasche Hose, fertig. Musst du nicht so kompliziert machen! Heute waren drei Leute da. Mutter, Vater, Kind. Sie haben eine Stunde gebraucht, bis sie bestellt haben. Glaubt ihr nicht? Soll ich es zeigen? Pass auf. Ich kann es sperren. Mein Name ist Kosta. Herzlich willkommen in Taverna Akropolis. Was kann ich für sie tun? Hallo! Ist okay, lieber bei euch. Ich hätte gerne eine Weinschorne. Was? Trocken! Ist okay, ich hab dir nichts getan. Eine Weinschorne. Und was möchten Sie trinken, junger Mann? Mein Mann trinkt... Wer hat dich denn gefragt? Mein Mann trinkt ein Bier! Okay, ein Bier. Nein! Geht an dich? Ein Radler! Okay, ein Radler. Nein! Was denn? Haben Sie auch... Bionate Lutschi? Yes. Nein, ich hab Bionate Lutschi Lutschi, wenn du möchtest. Dann trinkt er bitte! Ein Radler! Ist okay. Was ist das für ein Mann? Sagt seine Frau, was er trinken soll. Bei uns ist es besser. Hey, alles. Bei uns gehen wir in die Taverna. Der Mann sagt, was er trinken will. Und die Frau... Hält die Klappe. Gerne. Und der Junge trinkt Apfelsaft. Alle Kinder trinken Apfelsaft. Trinkt der Junge Apfelsaft? Hallo? Ach du Scheiße! Nein, nicht heute! Weißt du, was kommt jetzt? Der Junge muss selber bestellen! Das ist auch so eine Sache in Deutschland, ne? Die Kinder, sie müssen frei entwickeln und so weiter. Kann ich zuhause entwickeln. Muss in meinem Laden entwickeln. Junge, was möchtest du trinken? Ich guck den Junge an. Hm? Der Junge guck mich an. Ich guck den Junge an. Hm? Der Junge guck mich an. Ich guck den Junge an. Ich guck den Junge an. Es passiert gar nichts. Mein Laden ist voll. Ich guck einen Junge an. Junge Cola Jetzt geht das los. Pass auf, ich schlepp auf. Cola Jetzt kommt die Mutter. Cola geht das nicht! Ich streich ihn durch. Junge Fanta Ich schlepp auf Fanta Fanta geht das auch nicht! Ich streich ihn durch. Junge Sprite Ich schlepp auf Spreit. Sprite geht das auch nicht! Ich streich ihn durch! Und jetzt kommt Apfelsaft! Genau! Junge! Spitzi! Er hat Spitze, wisst ihr? Ich schreibe auf Spitze! Spitze gibt's auch nicht! Junge, es gibt nur Apfelsaft! Apfelsaft! Der hat sich aber gut entwickelt! 20 Minuten für drei Getränke! Neuer Acropolis-Rekord! Wir sind aber noch nicht fertig! Was fehlt? Erste! Das ist er genau! Was könnt ihr uns denn schönes Essen empfehlen? Keine Warte! Ich bin vorbereitet! Ich werde ihn jetzt rausholen und dann spielen! Die Bozuki ist klar, ne? Mit diesen Fällen singe ich einfach die ganze Speise gerade vor! Vorspeisen! Davon hab ich viele da! Tzatziki und Tadama ist nicht das Eisige! Schafskäse und ein bisschen Ritibikti! Den Geschmack vergisst du nie! Denn da ist Knoblauch drin! Refrain zusammen ist ganz einfach! Und! Tomaten, Zwiebel, Sinsufe und die ganze Knoblauchgrube! Peperoni, Dolmata, Gäber mit der Kolobie! Kalksbaisen! Davon hab ich viele da! Eine schöne Kalamant! Janne ist vom letzten Jahr! Ist noch nicht so lange her! Lamm und Glitz! Und ein schönes Frutandstick! Du gehst zum Klo auf den weckten Weg! Denn das ist auch schon schlecht! Zusammen! Elpiniki, meine Frau! Ach Spaisen, davon hab ich viele da, Joghurt mit Honig und Halva. Und? Ja, mehr hab ich nicht. Derpiniki, meine Frau! Danke schön!